Prinz Harry, Maulkorb für Meghan? Schatz, es reicht! Prinz Harry lässt Meghans Enthüllungsbuch stoppen. Seit Jahren ätzt Ehefrau Meghan, 42, gegen das britische Königshaus, berichtet medienwirksam von den schlimmen Ungerechtigkeiten, die sie angeblich bei Hof erleiden musste. Und der liebesblinde Prinz Harry, 39, zieht eifrig mit. Bis jetzt! Denn nach der Krebsdiagnose seines Vaters Charles III., 75, scheint Harry ins Grübeln zu geraten. Ob eine Versöhnung mit seinem Dad und Bruder William, 41, nicht doch dringend nötig wäre. Prinz Harry will für seine Familie da sein. Zwar heißt es aus dem Buckingham-Palast, Charles' Krankheit wäre früh erkannt worden und er habe mit einer regelmäßigen Behandlung begonnen. Dennoch scheint die Schockdiagnose Harry aus der Schmoll-Ecke geholt zu haben. Der Prinz stieg nämlich umgehend in den Flieger nach London, um seinen Vater am Krankenbett zu besuchen. Allerdings wieder einmal ohne Meghan. Die blieb auch diesmal mit den Kindern Archie, 4, und Lilibet, 2, zu Hause in Montecito. Ein Schritt in Richtung Versöhnung mit der Schwiegerfamilie scheint für die Herzogin weiter undenkbar. Allerdings sieht es so aus, als müsste sie bei ihrem royalen Rachefeldzug in Zukunft auf ihren wichtigsten Verbündeten verzichten. Denn Harry hat offenbar längst die Nase voll von der Dauerfäde mit seiner Familie und zieht seiner Frau jetzt den Stecker. Ein aktuelles Schreibprojekt von Meghan, in dem sie erneut über ihre Horrorzeit bei Hof auspacken wollte, wurde auf Anweisung des Prinzen gecancelt, heißt es. Harry hat Meghans Buch gestoppt, bestätigt ein Palästin-Zieder im britischen Mirror. Und mehr noch, auch in Interviews und Podcasts sollen nach Harrys Willen Royal Familienangelegenheiten künftig für Meghan tabu sein. Schließlich gäbe es für eine Versöhnung mit Charles und William nur dann eine Chance, wenn auch Meghan mitzieht, oder sich zumindest dezent zurückhält. Auch Harrys eigene Pläne für einen Nachfolger seiner Autobiografie-Reserve legen nun auf Eis, heißt es weiter. Angeblich sehr zu Meghans Ärger. Doch letztendlich hätte das Paar einen Kompromiss geschlossen, so der Insider weiter. Meghan soll stattdessen an einem Buch über weibliche Selbstbestimmung arbeiten. Ob sie dabei ganz ohne Seitenhiebe gegen das Königshaus auskommt? Dafür wird Harry wohl sorgen, sein Ziel. Ein bisschen Frieden, bevor es zu spät ist. Aberklima wird bald auf Schweichen. Untertitelung des ZDF, 2020